Hey Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Ghosts Video. Es gibt neue Informationen zum Michael Myers Feldbefehl und zwar nicht wirklich gute, wie ich persönlich finde. Zum einen ist es so, dass der Michael Myers anscheinend einfach ein Maniac Knife Runner Anzug ist mit einer neuen Optik. Das heißt, der Typ rennt ein bisschen schneller und er hält mehr aus, also eigentlich komplett wie der Knife Runner Anzug, den es halt so schon im Spiel gibt. Es ist sogar so, dass der Feldbefehl, wenn man den reinruft, dass man dann nicht einfach Michael Myers wird, sondern dass eben auch eine Abwurfkiste kommt und in dieser Abwurfkiste ist eben dann Michael Myers drin, kann man so sagen. Und diese Abwurfkiste sieht auch komplett genauso aus wie die Abwurfkiste von dem Maniac Knife Runner Anzug, was mir nicht wirklich gut gefällt, muss ich sagen. Trotzdem ist das Ding optisch wirklich gut gelungen und es sieht alles wirklich gut aus. Es ist außerdem so, dass die originale Michael Myers Musik spielt, sobald irgendwer Michael Myers bekommen hat. Und es hören dann wirklich alle auf der Map, was ich auf jeden Fall ziemlich cool finde. Auch ist es so, dass es ganz nette Animationen gibt. Das heißt, wenn man einen killt, dann kommt da so eine Rauchwolke raus und Timaten zum Beispiel hat es irgendwie als Seele-Clown genannt. Das heißt, es ist vielleicht so ein bisschen angedeutet, dass Michael Myers praktisch kommt und die Seelen von den Leuten raubt. Das heißt, die ganze Sache ist nochmal so ein bisschen gruseliger gemacht worden. Spielt ja auch auf dieser Fog-Map und ich denke, da passt dieses Setting auf jeden Fall. Außerdem ist es so, dass wenn Michael Myers getötet wird, dass es auch eine Rauchwolke gibt und zwar so eine rot gefärbte Rauchwolke. Das heißt, da haben sie sich schon ein bisschen was einfallen lassen. Es ist außerdem so, dass es ziemlich schnell so ist, dass Michael Myers auf der Map erscheint. Das heißt, es ist fast jeder Feldbefehl Michael Myers. Allerdings gibt es nur einmal Michael Myers. Das heißt, oft ist es halt so, dass unter den ersten drei Feldbefehlen oder so auf jeden Fall Michael Myers mit dabei ist. Wenn der aber einmal auf der Map ist, dann gibt es in dem Spiel keinen Feldbefehl, der nochmal Michael Myers reinrufen kann. Was ich persönlich ziemlich gut finde. Ich glaube, einmal reicht er wirklich. Auf Dauer wird es wahrscheinlich nur ein bisschen nervig. Ich meine, stellt euch das zum Beispiel auch mal auf Strike Zone vor, wenn da der Camp Strike die ganze Zeit kommt. Das heißt, bei Michael Myers haben sie da einen guten Schritt eingeführt bzw. einen guten Schritt übernommen von Strike Zone. Was auch nicht wirklich gut ist, ist, dass es anscheinend diesen Spielmodus Michael Myers von den alten Call of Duty Teilen nicht gibt. Das heißt, da müssen wir irgendwie noch warten, bis das Infinity Ward vielleicht nachpatcht oder so. In dem DLC ist die ganze Sache anscheinend nicht enthalten. Das war es jetzt zu dem Video. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde es nicht wirklich gut, dass sich Michael Myers genauso spielt wie der Knife Runner Anzug. Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem eine lustige Sache, eine geile Sache. Und ich freue mich auf jeden Fall, den irgendwann mal benutzen zu können. Ich am PC muss ja leider noch ganze vier Wochen warten. Trotzdem, ich freue mich drauf. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Und falls ihr weiterhin Call of Duty Ghost News haben wollt, dann lasst außerdem ein Abo da. Das war es von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.